hier ist doch euer lieblings mod ja ich würde sagen das erste goal wurde erreicht die 5000 bits für den schärfsten chip der welt wurden jetzt von fuzzi sepper vom froschgott und vom nixkönner gespendet das heißt lieber palmi als moderator möchte ich dich jetzt darum bitten warum kann ich das nicht senden ausgewogenes richtig ich komme gleich rüber und klatscht hier eine dadurch dass ich jetzt war halt fertig dadurch dass der froschgott ja gezündet hat auch sagen hast du zu trinken dazu haben darf das wasser oder ein glas milch milch alles andere endet im krankenhaus bier 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 leider nicht weil es ein stream ist da muss ich leider von ein du hast die wahl zwischen wasser oder milch dann wasser ist schlimmer hört ein glas wasser soll wieder bewirken was denn wasser es wird ein glas wasser also lieber palmi der schärfste chip der welt zusammen mit einem glas wasser ich wünsche dir einen wunderschönen guten appetit let's let's go wer so eine familie hat braucht keine freunde mehr aber so was aber so was von aber ist nicht wasser kontraproduktiv ja ja das ist ja so milch hilft dagegen sollte die schärfe binden und ja wasser nicht ach so deswegen okay verstehe ich will das jetzt sehen ich habe jetzt extra einen stream gemacht ich will es noch mal wiederholen ich will es noch mal wiederholen es war deine idee nicht meine mach das jetzt weist nicht unsere zeit in diablo er muss sich erst mal mental drauf vorbereiten und ich gerade sagen da muss ich mental drauf vorbereiten hallo wir machen weiter in der zeit so soll er den kompletten chip im mund stecken darum geht es ja bei der change den kompletten chip rein also ich habe mal die zweitschärfste soße der welt probiert und das ist keine schärfe mehr sondern es ist nur schmerz das ist das ganze nach die scharfen in der tumore die rolle angabe die scharfe gibt es alles gibt es eine angabe wie scharf der ist also ich habe hier dementsprechend noch nichts hier drauf gefunden man sagt doch mal den chip in die kamera palmi mit verpackungen einem ja auch chip challenge da ist aber damit der handschuh sogar bei geil dass du das jetzt verstehst wie das jetzt abläuft die challenge besteht ja darin nicht einmal abzubeißen für ap sondern das ding komplett in die kosche reinzuschieben darin besteht ja die challenge dafür ist ja dieser chip entwickelt worden sagen wir sind wie einfach und auch bitte handschuhe anziehen und hast du dann auch nicht in den augen oder einem pinneman oder bei deiner freundin weil die bringt ich dann doppelt dreifach um die bühne macht ihr mut ich leise davor na das schaffst du das schaffst du schon zeit hast du schon das schaffst du schon das schaffst du ganz alleine du kommst du schon wieder auf die beine da kommen die kritz ok jetzt sind die kritz weg weil die auf der anderen seite sind ich habe meine frage an den chatten die community kann es sein dass die palmi gerade seine farbe verliert im gesicht ich glaube ich kann riechen ich glaube ich schlimm okay ich bin tot ich denke nicht ausgedacht hast du dein glas wasser der hat schaffst du dein glas der hat schaffst du dein glas oh gott der wills wissen der wills wissen also pani wie wollen wir es machen soll ich es zählen auf drei oder wie willst du es machen dann muss ich jetzt fokussieren mental fokussieren oh gott ich muss mich beherrschen die ist gerade etwas fremdes gekommen jetzt kommt vielleicht kriegt er trete in den augen noch sieht es gut aus oder ich kriege farbe im gesicht schlimm ist glaube ich wenn du das nachher runter schluckst wenn das nachbrennt aber wasser löscht nicht brand milch hätte ertrinken müssen ja aber da war er nicht gut ja gesagt er darf nur was ertrinken er darf nur was ertrinken oder das ist milch wurde gerade verwehrt leute wir werden jetzt mal eine kurze pause von zehn minuten einplanen ja jetzt geht es los das brennt noch oh alter jetzt weißt du gar nicht kann der palmi scharf ab weiß ich nicht kann ich dir echt nicht sagen also ich kann es nicht scheiße ich finde das voll unfair das geht alles von meiner diablozeit ab die klappe mann ich hab mal nie rum ich würde mal sagen ein bisschen mitleid wäre das schlecht und darf ich bitte milch trinken ja geh milch trinken oi 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 nicht aus der tüte und toast er soll ruhig aus der tüte trinken weil also ich weiß ja wie es ist und ich hatte damals keine milch aber es ist wie eine heiße bleikugel die sich da die speise höhe runterschiebt es ist wirklich schmerz einfach nur schmerz ich muss auch dazu sagen bei wasabi hilft milch bei wasabi hilft milch aber wenn es dann um so eine schärfe geht dann kannst du milch saufen wie du willst aber es brennt innen noch extrem mehr ja bis in den magen rein dann merkst du wirklich wo es lang geht es wird ja auch gesagt wenn man so ein bisschen kreislaufprobleme hat soll man sowas ja auch nicht machen nee da kannst du aus den natschen kippen ja es ist extrovertant also das ist echt schon im mundbereich ist gar nicht so das schlimme das geht dann nach einer viertel stunde geht es wieder dann hast du halt noch diesen leichten schmerz aber wenn dann der chip anfängt da in den magen zu wandern und sowas da verspult es einem komplett alles ja es ist pervers palmi setz dich bitte wieder hin ich kann nicht aber du musst ja auch davor ausgehen dass der kreislauf jetzt sagt kollege hast du da gemacht ich ja ich weiß jetzt ja zu an mir hört zu wenn es nicht geht okay schalte dich bitte in der pause screen legst du dich auf den boden und machst du die füße hoch damit du nicht komplett umkippst dein bruder soll rüber kommen und dich im auge behalten wir machen dann eine werbe pause eine kurze pause und lass das sehen wir erstmal auch klein ok quäl dich da auch nicht rum wenn es nicht geht geht es nicht dann machst du eine pause rorschgott bist du noch da ja ja ich bin da ich bin da du bist schon drüber beim palmi grad ne habe ich beobacht und wenn ich dann den schlag höre und er auf den boden leg dann gehe ich rüber ja äh ich würde sagen wenn er jetzt wirklich sagt der macht jetzt den pause screen an dann gleich rüber geh weil der chip der ist das werde ich das wird er merken wenn ich an seinem zimmer vorbei rennen reich du Toilette also sowas bei mir auch schnell ruhig bleiben jetzt atmen 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 wenn es nicht geht lächst du dich auf den boden und machst die Bälle ein bisschen hoch damit der kreislauf da bleib hoch er hinkehrt ja da wird nochmal nachgegangen also wenn es so ist wie bei der bei der Chefs so ist der da wo ich da hatte da ist halt so dass es dann geht ich merke ich merke ich merke wie mein magen grad äh ja karussell fährt ja bei mir war es dann so nach einer halben dreiviertelstunde ähm kam es dann bei mir oben wieder raus da hat mein körper kapilliert mach es mal so palmi ja besser wenn er es abstoßt man hört zwar dass es wieder rauskommt man hört viel man sieht viel man denkt sich ja das kann so schlimm nicht sein aber nicht endlich wenn man sich das genau anschaut dann merkt man schon dass da was dran ist ich würde mal sagen du bist jetzt noch da du ja noch lebt in seiner aktuellen leben noch lebst ja hast du nochmal äh tut mir leid dass ich grad nicht reden kann ähm ähm ja äh geh einfach hin und du nico oder kopfschiedel hast du noch welch bei dir in der wohnung äh einmal licken für ja einmal schütteln für nein äh oder waschen äh frosch geh mal nochmal bitte den karton holen äh weiß nicht mal ob wir noch was haben ja irgendwas wenn sie vergammelt ist äh vielleicht find ich noch ne klumpige äh 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 palmi du bist mein Held oder es tut mir wirklich leid äh ja Spawn das war der Chip der Welt das war der schärfste Chip der Welt der hatte Palmi gerade aus dem Leibe geholt äh aber volle Kanone aus dem Leibe geholt äh ey wenn wenn nicht Toast oder Brot äh Spawn hast du noch äh äh Punkte 500 dann gleich noch ein gleich noch eine Wohnentang äh oh Gott ich glaub in den Magen geht nix mehr rein äh ich bin nochmal unter ich hol nochmal rein du hättest den Chip mit Soast du hättest den Chip mit Soast und äh schnappst ein bissl brich die Luft vielleicht du hättest den Chip für Soastwimming mit benutzen würd ich grad da lass den jetzt erstmal zur Ruhe kommen weil der Chip der den wir jetzt noch eine ganze Weile mehr danke